Einen wunderschönen guten Tag alle zusammen. Ich bin Christoph Bartl vom Hero Camping Center und ich darf euch wieder das Angebot des Monats präsentieren. Im August 2024 musste ich gerade überlegen, in welchem Monat wir sind. Im August 2024 haben wir auf Instagram wieder unser Gewinnspiel für die nächste Messe in Düsseldorf. Also wenn ihr Lust habt, gerne uns folgen und teilnehmen bei dem Gewinnspiel. Und dieses Gewinnspiel wird gesponsert mit den Karten von Argo. Argo ist unser Reinigungssystem, das wir hier haben. Die wurden schon länger folgen. Die wissen, wir hatten das schon beim Angebot des Monats. Diesen Monat machen wir da genauso weiter. Das war ein voller Erfolg. Wir haben die komplette Reinigungsserie von Argo und wir haben das komplette Zubehör von Argo. Das heißt, unseren riesigen Reiniger wieder. Also unsere riesige Stange, nicht unseren riesigen Reiniger. Die wurden noch nicht kennen. Also so eine richtig schön große Stange, damit man überall hinkommt. Wir haben unser Waschi Mobil, wo einmal komplett alles drin ist. Vom Intensivreiniger, Schwarzstreifenentferner, Acrylglasreiniger, unsere tolle Sprühflasche, die uns ein super Schaum macht, damit es auch schön wirken kann mit unserem Mikrohandschuh und mit unserem Mikrofasertuch. Auf alle Argo-Produkte gibt es diesen Monat 10%. Kommt vorbei, greift es euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gewinnspiel und mit unseren Reinigungsprodukten. Wenn jeder, der auf den Urlaub zurückkommt, der weiß, jetzt wird geputzt. Ich wünsche euch einen schönen Monat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.